Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Briefmarkenecke. Heute schauen wir uns in Zusammenarbeit mit Tobias Hülmens die Ausgaben des Memelgebietes etwas genauer an. Als Memelland bzw. Memelgebiet wird im deutschen Sprachraum jener in der Zwischenkriegszeit von Deutschland abgetrennte Landesteil Ostpreußens bezeichnet, der nördlich der Memel bzw. des Russ gelegen ist, sowie der entsprechende Teil der kurischen Nehrung. Das Memelland wurde jetzt nach Artikel 99 des Versailler Vertrags 1919 ohne Volksabstimmung mit Wirkung vom 10. Januar 1920 an die Alliierten Mächte abgetreten. Von Anfang 1920 bis Anfang 1923 wurde es von Frankreich als deren Vertreter verwaltet. 1923 wurde das Memelgebiet dann von Litauen militärisch besetzt und annektiert. Am 20. März 1939, wenige Tage jetzt nach der Zerschlagung der Tschechoslowakei, verlangte der deutsche Außenminister Joachim von Ribbentrop die Rückgabe des Memelgebietes an Deutschland und setzte Litauen so ein Ultimatum. Litauen trat das Gebiet daraufhin am 22. März an das Deutsche Reich ab. Im Zweiten Weltkrieg dann wurde es von der Roten Armee erobert und nach dem Fall des Memelgebietes am 28. Januar 1945 zugleich der litauischen SSR angeschlossen. Der 140 Kilometer lange und bis zu 20 Kilometer breite Landstreifen hatte 1939 145.000 Einwohner. Die größten Städte hierbei waren Memel, gefolgt von Heidekrug und Hogegen. Als erstes schauen wir uns jetzt erst einmal an, wo die Stadt Memel überhaupt gelegen ist. Wir wissen, Memel liegt in Litauen, also gehen wir weiter nach Litauen. Wenn wir dann auch schon reinzoomen, dann wird uns auch schon die Stadt Memel angezeigt. Leider können wir auf Google Maps jetzt nicht erkennen, welches Gebiet das Memelgebiet umschlossen hat. Hierfür gibt es aber eine sehr gute Karte. Wie zuvor schon angesprochen, die drei größten Städte Memel, Heidekrug und Pogegen sind auch hier abgebildet. Und hier erkennt ihr auch dann das Gebiet, das das Memelgebiet umschlossen hat. Zuerst wurde in Paris eine Markenausgabe mit einem Aufdruck im Buchdruckverfahren hergestellt, die dann am 7. Juli 1920 an die Postschalter im Memelgebiet kam. Zeitgleich zur französischen Ausgabe wurde jetzt in Berlin eine Markenausgabe mit dem Buchdruckaufdruck Memelgebiet in Auftrag gegeben, die aber erst in den frühen Augusttagen 1920 in Memel ankam. Inzwischen war die französische Ausgabe bereits an den Postschaltern angelangt, dennoch gestattete der französische Gouverneur André auch die Freigabe der Ausgabe von der Reichsdruckerei. Frankiert werden durfte jedoch nur Postsendungen innerhalb des Memelgebietes und nach Deutschland mit diesen Ausgaben. Trotz des späten Eintreffens der in Berlin gedruckten Marken wird diese Serie schon immer als die erste Ausgabe des Memelgebietes im Michelkatalog geführt. Hier zu sehen ein kompletter Bogen des Memelgebietes mit der Michel Nummer 3, dem 15 Pfennigwert. Der Aufdruck auf diesen 100er Bogen erfolgte im Buchdruckverfahren. Hier zu sehen ein kompletter Bogen mit Michel Nummer 10, dem 1 Mark 25 Wert. Auch hier erfolgte der Aufdruck im Buchdruckverfahren. Anhand des hier abgebildeten Bogens schauen wir uns jetzt noch die Hausauftragsnummer an, die sich auf jedem Bogen befindet. Auf den 50er Felderplatten weisen die unteren Bogenränder die Reihenzähler 1 bis 5, also unter den Feldern 46 bis 50 und die Hausauftragsnummern auf. Bei einigen Werten sind unterschiedliche Typen von farbigen Urnummern vorhanden. Die Urnummer des Bogens ist die ursprüngliche Nummer, die aufgebracht wurde, als der Bogen hergestellt wurde. Diese finden sich immer unter Feld 50. Dagegen die Aufdruckhausauftragsnummer findet man in variierender Position unter den Reihenzählern 2 bis 3. Also haben wir eine Urhausauftragsnummer für diesen Bogen. Diese lautet H2024 Trennpunkt 20. Dann befindet sich natürlich noch die Aufdruckhausauftragsnummer auf diesem Bogen. Diese befindet sich auf Reihenzähler 3 und lautet H4076 Trennpunkt 20. Die Aufdruckhausauftragsnummer ist immer schwarz. Dagegen ist die Urhausauftragsnummer immer entsprechend der Farbe des Bogens. Es gibt jetzt noch eine Besonderheit bei den 20 Felderplatten. Diese haben keine Hausauftragsnummer. Sie weisen in Spiegelschrift gedruckte Nummern auf. Die aufgedruckten Hausauftragsnummern sind immer schwarz und auf dem unteren Bogenrand unter Reihenzähler 2 bis 3 zu finden. Die Aufdruckhausauftragsnummer lautet hierbei H4075 Trennpunkt 20. Die Aufdrucke lassen sich jetzt in drei Gruppen unterscheiden. Hier zu sehen ist jetzt ein glänzender Aufdruck. Dagegen kann man hier ganz klar erkennen einen Mattenaufdruck. Legen wir die beiden Überdrucke jetzt übereinander, so können wir hierbei jetzt sehr schön erkennen. Oben befindet sich der glänzende Aufdruck und unter diesem befindet sich der Matheaufdruck. Selten, da nur kurze Zeit möglich, sind jetzt Mischfrankaturen mit den französischen Ausgaben. Und hier haben wir so ein Beispiel. Frei gemacht wurde der Brief zum einen mit einer überdruckten Ausgabe des Deutschen Reiches zu 50 Pfennig. Und darüber könnt ihr die Briefmarke aus Frankreich erkennen, die auch wiederum überdruckt wurde mit Memel und 40 Pfennig. Aufgegeben wurde der Brief jetzt in Pogegen, wie am Einschreibezettel ersichtlich ist. Befördert wurde dieser Brief per Bahnpost. Aus dem Ansblatt des Mimmelgebietes vom 22. Juli 1921 Nr. 82 Seite 680 geht es hervor, dass eine Postwertzeichenversteigerung vom 10. bis 12. August 1921 erfolgte. Während dieser Auktion wurden jetzt die nicht aufgebrauchten Restbestände überdruckten Marken des Deutschen Reiches versteigert. Und hier haben wir sie nun endlich alle zusammen, Michel Nr. 1 bis Michel Nr. 17. Bei der Herstellung dieser Marken gab es aber auch natürlich wieder einige Besonderheiten. So sind bei der hier abgebildeten Michel Nr. 5 starke Aufdruckverschiebungen bekannt. Diese sind sehr selten. Bei dem hier abgebildeten Bogen der Michel Nr. 10 ist der Aufdruck Memelgebiet auf dem Bogen kopfstehend erfolgt, wie man unschwer erkennen kann. So wurde auch die Hausauftragsnummer für den Überdruck kopfstehend auf dem Bogen angebracht. Auf diesen Werten finden sich auch einige Aufdruckfehler. Diese Aufdruckfehler lassen sich bisher auf folgenden Feldern feststellen. Feld 10. Rechte Seite des Querbalkens im T mit großer Kerbe bzw. gebrochen. Auf Feld 40 ist die rechte Seite des Querbalkens im T gespalten. Und auf Feld 93 ist das T im Memelgebiet mit Haken auf der linken Seite des Querbalkens. Auch bei der abgebildeten Michel Nr. 13 kommt es in einer Teilauflage zu dem Aufdruckfehler Memel G4. Auf Feld 45 tritt dieser Fehler auf und ist benannt als 13 Römisch 1. Wir haben uns jetzt also die verausgabten Marken des Memelgebietes angeschaut, der ersten Dauerserie. Es gibt jetzt aber noch drei weitere Werte, die jetzt zwar hergestellt wurden, aber aufgrund ihrer kurzen Gültigkeit nicht mehr in den Verkauf gelangten. Hier zu sehen Michel Nr. A Römisch 1 und Michel Nr. A Römisch 2. Die beiden Marken sind aufgrund ihrer kurzen Gültigkeit jetzt nicht mehr in den Verkauf gelangt. Hier zu sehen jetzt noch der dritte Wert, der nicht mehr in den Verkauf gelangt ist. Michel Nr. A 9. Wie schon bei den zuvor gezeigten zwei Werten A Römisch 1 und A Römisch 2 gelangte dieser Wert aufgrund seiner kurzen Gültigkeit nicht mehr in den Verkauf. Bis hierhin haben wir uns jetzt die Markenausgaben des Memelgebietes etwas genauer angeschaut. Aber es wurden nicht nur Markenausgaben für das Memelgebiet hergestellt. Nein, es gab auch noch Ganssachen. Und genau von diesen Ganssachen schauen wir uns die ein oder andere noch etwas genauer an. September 1920 erschien die hier überdruckte Karte der Deutschen Reichspost mit schwarzem, parkrechten Aufdruck Memelgebiet. Und hier zu sehen ist die Ganssache P1. Es wurden aber nicht nur Ganssachen überdruckt, sondern auch Postanweisungen, wie hier zu sehen. Postanweisung A 1. Wie in jedem anderen Sammelgebiet gibt es auch im Memelgebiet leider wieder Falschungen. Und genau auf diese werfen wir jetzt noch einen Blick. Zu Beginn schauen wir uns die Brüsseler Falschungen an. Diese treten auf allen Werten auf und diese gibt es auch bogenweise. Links im Bild eine Brüsseler Falschung. Rechts ein Original. Beim rechten Original ist der obere Anstrich des M des Memelgebietes dick. Der Auslauf ist spitz. Dagegen ist bei der Falschung der obere Anstrich dünn und der Auslauf spitz. Beim Original ist der untere Anstrich kurz und nicht über die Grundlinie gehend. Dagegen ist bei einer Falschung der untere Anstrich geht über die Grundlinie und verläuft etwas steiler. Beim Original ist das G von Gebiet unten geschweifter Auslauf. Dagegen ist die Falschung unten am G von Gebiet der Auslauf mit besonderen Abschlussstrich. Beim Original ist der Punkt über dem I von Gebiet breit. Dagegen ist bei der Falschung der Punkt schmaler und spitz. Auch oben zu flach. Hier wieder links zu sehen die Brüsseler Falschung und rechts eine Originalmarke. Beim Original ist der Anstrich des M im Memelgebiet kurz und die Ecken sind leicht abgerundet. Dagegen ist bei einer Falschung der Anstrich höher und wird steiler. Die Ecken sind scharf. Beim Original sind jetzt wieder die Mittelstriche des M vom Memelgebiet mit breitem Schlusspunkt. Dagegen ist hier sehr schön zu erkennen bei einer Falschung ist der Mittelstrich kleiner und spitz. Die Kanten sind hohl. Und auch wieder beim G beim Original der Auslauf des G von Gebiet leicht geschweift. Und bei der Falschung, wie schon zuvor, mit besonderem Schlussstrich. Weiter geht es nun mit den Ostfalschungen. Diese Falschungen treten nur auf Markwerten auf. Und auch hier wieder die Falschung sehr gut zu erkennen. Beim M unten ein langer Anstrich und oben links langer Aufstrich. Weiterhin hat das M oben runde Ecken im Gegensatz zum Original. Beim B fällt bei der Falschung oben die typische Einkerbung. Und abschließend beim I ist der Punkt rund statt herzförmig. Auch ist der Abstand zwischen E und T bei der Falschung größer als beim Original. Und hier noch zu sehen eine sogenannte Spitzohrfalschung. Diese tritt immer mit dem hier abgeschlagenen Falschstempel Memel vom 10.09.1920 auf. Diese könnt ihr so sehr einfach identifizieren. Auf dieser Ausgabe können mit dem Stempelzusatz Memelgebiet nur die folgenden Stempel über Memel und Ostspirten vorkommen. Alle anderen Stempel mit dem Zusatz sind immer falsch. Und hier haben wir nun eine sehr typische Stempelfälschung. Der sehr häufig auftretende Stempel Bismarck Memelgebiet ist auf dieser Ausgabe immer falsch. Und damit wären wir auch schon am Ende unserer ersten Ausgabe zum Memelgebiet angekommen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann. Tschüss!